Grimma ruft zur Teilnahme am 12. sächsischen Landeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft auf. Dürfer mit bis zu 3000 Einwohnern können sich bis zum 5. Mai 2024 anmelden. Die Jury bewertet die Leistungen der Dürfer basierend auf ihrer Ausgangslage und individuellen Möglichkeiten. Aktivitäten, die darauf abzielen, das Dorf gemeinsam zu gestalten, stehen im Fokus. Unterstützung durch kostenfreie Dorfwerkstätten steht in teilnehmenden Gemeinschaften zur Verfügung, um Projekte zu entwickeln. Grimma Ortsteile wie Großbarter und Leibniz nahmen bereits 2022 erfolgreich am Wettbewerb teil.